Hey, das kenn ich doch von dem Foto. Woah, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. So Chloe and me actually killed somebody? What happens to us now? Jetzt hab ich mal ne kleine Aufnahmepause gemacht und jetzt mach ich ja auch gleich weiter. Ich bin echt gespannt wie es weiter geht. Und nochmal herzlich willkommen zurück bei Life is Strange. Kann ich den Foto knaffieren? Ich will dich knipsen. Bleib stehen. Bleib stehen, du wie der Burst. Du lumbisches kleines Eichhörnchen. Jetzt muss ich einen Weg in das barn finden. Ja, ja, warte doch mal. Ah, Vogel. Psst, langsam, langsam. Langsam, langsam, langsam. Bleibst du hier? Langsam, bleibst du da? Langsam. Mist. Ich würde ein Foto von dem machen. Was ist denn hier? Da fliegt mir doch das Blech weg. Ich würde mich jetzt eigentlich draußen noch ein bisschen umschauen. Aber hier kommen wir rein. Chloe! Ich habe die Front Door. Komm schon! Ah, yes! Maximus rules! Gott, das ist way too Blair Witch. Ich habe Goosebumps all over. Komm schon, Supermax. Hey, check out this old chest! A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, look closer. Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Mhm. Ja, dann schauen wir uns hier mal um. Ja, old Prescott Clippings. But that can't be the only thing here. Dann schauen wir uns hier mal um, was ich weiß das ist. Even Harry, Aaron Prescott was into selfies. Kann man sich irgendwie umdrehen? Ne. Komm, das ist das einzige was wir anschauen können. Schaut her. Dreck er fahren, Dreck er fahren. Okay, kann man nicht interagieren. Schaut her. Mir fehlt gerade der Hexerblick. Oh. Küste. Ah. Das ist ein guter Tag. Das lesen wir mal. Wohlharzmarkt, Arcadia Bay. Eier 14 Cent. Specks 70 Cent. Zucker 50 Cent. Kaffee 1 in Euro. Kokain 2 Euro. Tabak 75 Cent. Milch 60 Cent. 2 Euro Kokain. Ist ja recht günstig. Kann man gleich mal zuschlagen. Mein Jahresvorrat anlegen. Hahaha. Okay, wieder aus. Was haben wir noch? Eine Huigabel. Die nehmen wir mit. Falls jemand kommt, die kann man dann mies ausspießen. Das ist immer gut. Wenn ein Zombie entsteht, dann habe ich meine Waffe. Genau. Kann man die mies... Ups. Was haben wir denn hier? Boden. Boing. Boing. Just rotting wood. Sagt doch, dieses scheiß Holz wird immer fauler. Hehehehe. So. Was haben wir denn hier? Oh. Noch ein Foto? Mein Fotochen. Komm zu mir. Wow, Sir. Geh mal über die Haus auf der Range. Ja. Unsere kleine Farm. Gute Nacht schon, Boy. Rustiger Knopf. Draufdrücken. Irgendwann wird dieser rustige Knopf die Römer oder Pulleys aktiviert. Was? Drück einfach mal drauf. Wurde ich sofort machen. Manche Knopf sehen, muss ich immer draufdrücken. Deswegen habe ich ja auch meine Knopf Simulator gespielt. Hehehe. So, Spuren ansehen. Okay. Hey. There's no reason for anybody to drive out here. But there must be. Oh. Kiste. I guess the Prescotts were just born bastards. So. Wir lesen mal diesen Brief. 22. Juli 1903. Martin Louis Brascott. Brascott Ranch. Arcadia B. Oregon. Sehr geehrter Mr. Linden. Ich schreibe Ihnen im Blick auf Ihre ausstehenden Schulden, die Sie zu ignorieren beabsichtigen. Die Prescotts mögen keine etablierten Geschäftsmänner sein. Aber wir sind Geschäftsmänner und erwarten, was von uns gebührt. Wir fassen Ihre Schwierigkeiten als persönliche Beleidigung auf und widmen daher unseren Familiennamen der Eintreibung ihrer Schulden mit 10% Zinsen und einer schriftlichen Entschuldigung. Sieht ja fast wie der heutige Gerichtsvollzieher. Wenn diese Bedingungen nicht bis zum 24. Juli im Jahre des Herrn 1903 erfüllt sind, werden wir Ihnen das Leben zur Hölle machen. Freundliche Grüße. MLP Wir holen Sie doch Gerüchtsvollzieher. Die schreiben genau so einen Scheiß. Dann mache ich Ihnen das Leben zur Hölle. Aber Sie sind doch eine Privatperson. Sie dürfen doch gar nicht. Doch, das darf ich. Ich bin Gerüchtsvollzieher. Nein, es ist eine Privatperson. Äh, hüpti-dup-dup-dup. Irgendwas haben wir noch über Sie. Knopf, knopf. Jaja, jaja, jaja. Jaja, jaja. Noch eine Gabel. Irgendwo muss hier doch noch was sein. Irgendwo, 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 wo, wo, wo. Hält? Hättest du gerade noch was anderes angezeigt? Oder bist du die Heugabel? Ne, jetzt bist du die Heugabel. Hätte ja sein können, hätte ja sein können. Hier ist ein Hebel. Ich will schon mal dran ziehen. Ansehen. Diese Heugel sind benutzt, um Hegstacken. Ich sah sie in einem Freitag, der 13. Film. Ja, ich auch. Jaja, hab ich auch dort gesehen. Ein Heuhäuflein. So viele Hegstacken. So viele Heugel. So viele Heugel. So will ich auch kurz sagen. Wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Nochmal Boden. Suchen. Mist. Ich glaube wir sollten uns mehr auf den Boden konzentrieren. Und nicht zu sehr auf oben rum. Wow. Was ist das? Es ist total neu. Wo? Hängefluss. F den. Nein, Supermax. Du kannst das nicht mit deinen Händen öffnen. Dann holen wir uns mal die Mistgabel. Wo war die? Ja. Quatsch. Okay, Chloe. Ich habe einen bestimmten Hatch gefunden, aber sie ist lockt. Ich habe das. Ich hoffe. Ich lasse mich in der zweiten Minute. Ich habe mich sicher. Dieser alte Pitchfork wird nicht ein Padlock öffnen. Versuch mal, Max. Hm. Aber die stand doch so schön dort rum. Ich dachte das ist doch perfekt. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Für ein kleines Loch. Moment. Mäh. Ja, mach das mal öff. Dann holen wir uns mal den Haken. Und dann drücken wir mal auf das kleine Knöpfchen. Ich liebe es auf Knöpfe zu drücken. Ich bin fast wie Rufus. Hier scheint wie müssen wir da drauf kommen. Vielleicht vom Traktor aus? Ansehen. Dann wollen wir ein bisschen Puff formen. Wir müsse Plattform. Ich würde draufklettern. Klettern. Wir sind schon mal oben. Ziehen. Wolf. Klettern. Wir klettern in luftige Höhen. Aha. Halt. Ziehen. Taubstoff. Ich kann diese Röpe ohne meine Flasche ausbrechen. Ich muss es auf etwas schwerer hängen. Ja, ich hab gedacht, in so ein Heupal. Hirne. Was haben wir denn noch? Ah ja, Spitze der Eule. Foto. Lächeln. Was? Was war das? Was ist hier los? Wer sind sie? Ich mag Eulen, die gucken immer so schön doof. Gucken wir nochmal hier weiter rauf. Nö, ne? Nö, ne? Nö. Hier ist der andere Ende des Räufes. Ja. Das ist der Ende des Seils. Upsi. Guck mal, das Seil sollst du mal die... Nein! Olle Kuh! Du solltest das selbein nehmen. Mann, 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 Mann. Können wir uns nochmal abküppeln? No more secrets, Sean Prescott. I have to get through this monster padlock first. Das Monsterschloss. Dum 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 dum. Wir gucken nochmal den Modo an. Komm mal, hoppsi, hoppsi. Will ich sie das? Das ist mir klar, Mädel. Die Lösung muss irgendwo hier oben verborgen liegen. Ach, wie schön. Die war am Sonnenströmnischen raus. Guck mal, wir haben 40 Zentimeter Neu Schnee und hier... Naja. Hallo, Eule. Guten Abend, Dr. Who. Sorry. Wie kann ich denn das Seil hier nicht nehmen? Lulululub. Balancieren vielleicht? Nee. Hm. Sag mir, wo die Lösung ist. Wo ist sie geblieben? Wann wird man je verstehen? Ach, nee. Ich würde mir die Hände aufscheuern. Uiuiuiuiuiuiuiui. Irgendwas. Ja. Ist was? Was guckst du denn so? Hm. Hä? Die sind jetzt wieder hier. Die stand doch gerade dort. Kneifzange, Traktor. Kann ich den nicht doch benutzen? Dieser Traktor hat seine Schulden bezahlt. Oh. Habt ihr noch was bekommen? Scheibenkleister. Ist das auch noch meine Nüchte krank? Oh, mein Maus hat eine Lungenentzündung. Es gibt keinen Weg, dass dieses lustige Knopf diese Röpfe oder Pulleys aktiviert wird. Äh. Ich muss ganz schnell zurückschreiben. Und dann. Bim, 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 bim. Und wo ist es denn? Dann. Wün. Schön. Ja. Ein. Na. Gute. Besserung. Und. Wir. Holen. Es. Noch. So. Äh. Old. Ja, ja. Ich mache gleich weiter. Da. Keine Panik. Wo ist mein Kroner Smiley? Ja. So. Okay. Da bin ich wieder. Wir müssen irgendwie da draufkommen. Bloß wie. Ach, ich werde mal ein. Ich muss meine Mutter anrufen. Hahaha. Verdammt. Kann ich schon der Chloe noch mal korrigieren? Chloe. Hilf mir. Komm, du hast doch steige, kräftige Hände. Du hattest doch schon viele Kerle. Hahaha. Ähm. Vielleicht draußen noch irgendwas machen? Wir gehen nochmal raus. Ich habe hier draußen irgendwas übersehen. Und können wir vielleicht von hier draußen noch irgendwas tun? Wir rennen mal. Ganz flinke flott. Ja, ich weiß. Da gibt es eine Menge Infos. Hier ist ein Sicherungskasten. Nein. Warum würde jemand all diese Elektrizität in einen alten, wunderschönen Park gehen? Ja, warum nicht? Fernchen! Fernchen! Ich will dorthin! Geht nicht. Wenn wir einfach mit dem Auto jetzt mal durchhämmern. Oh, naja gut. Ist ja nicht total Overdose. Watch us. Ja, da draußen können wir auch nichts mehr machen. So wie es aussieht. Das haben wir auch nicht angeschaut. Watson, wir können sicherlich assume, dass dieses älteres Fahrzeug nicht unser Suspekt ist. Doch. Können wir eigentlich auch dort drunter? Das ist ja nochmal raus. Die alte Prescott-Farm. Na, gehen wir doch mal rein. Also, die Lösung muss irgendwie hier drin sein. Irgendwie, irgendwo. Aber wenn ich das jetzt wüsste, wäre ich auch mal froh. Ho, ho. Ich bin ein alter Virtu-Oh-Hose. Hm. Nimm, 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 nimm. Was müssen wir machen? Ja, wir können hier raufklettern. Das hier ist zu schwör. Na. Ich muss durch dieses Monster-Padlock. Ja, der Monster-Padlock first. Auf dem können wir schon anrichten. Ring, 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 like it's fire. Wir gehen doch mal rauf. Das gibt's doch nicht. Nee, da kann man bis draufklettern. Naja, hier oben habe ich irgendwas übersehen. Irgendwas habe ich hier oben übersehen. Manchmal bin ich blind und blöd. Aber das soll ja keinen stören. Hier haben wir das Seil. Du, komm mal hoch und spring mal hier ran hier. So, frei doch der 13. mäßig. Und nimm die das Seil ja nicht. Könnt ihr doch hier zusammenknoten. Und dann können sie das abmachen. Und dann können sie das abmachen. Hm? hm, hm. Wiß nicht. Wiß nicht. Wiß nicht? Wiß nicht. Wiß nicht. Wiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020